Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Freunde der SAP Grundlagen. Heute ein Ergänzungsvideo zu unserem allerersten Grundlagenvideo, das wir gemacht haben. Da ging es damals darum, wie SAP Systemlandschaften aussehen können und wie sie typischerweise bei einigen SAP Kunden aussehen. Und mir hat ein Zuschauer geschrieben und hat gefragt, wie das denn mit den System-IDs ausschaut. System-IDs haben wir dann später in einem anderen Video noch behandelt. Was System-IDs sind, was Instanzen sind, das sollte man sich also auch vielleicht vorher noch anschauen, das Video, bevor man hier zu diesem Video springt, damit man versteht, System-IDs identifizieren ein SAP-System eindeutig innerhalb einer Systemlandschaft. Und mit diesem Hintergrund hat man mich gefragt, wie ist denn eigentlich so das typische System, wie sollte man seine System-IDs aufbauen. Und ich werde erstmal so ein bisschen erläutern, die Idee, auf die viele SAP-Kunden kommen und warum die vielleicht nicht die beste ist. Und zwar ist es quasi so, wir haben ja mal gesagt, damals im ersten Video, eine SAP-Systemlandschaft besteht in der Regel aus mehreren Systemumgebungen. Wir haben zum Beispiel verschiedene Stages, das bedeutet, wir haben Development, wir haben eine oder mehrere Test-Environments. Ja, das kann jetzt einfach ein Environment sein oder, was wir auch damals behandelt haben, viele Kunden haben mehrere dedizierte Test-Environments. Beispielsweise eins für Integration-Testing, ein anderes für User-Acceptance-Testing und vielleicht ein weiteres für Load-and-Performance-Testing. Ja, das liegt immer so ein bisschen an der Größe und Komplexität der Systemlandschaft des SAP-Kunden. Dann haben wir eventuell eine Vorproduktion, ja, sagen wir jetzt mal Pre-Prod und dann haben wir eine Produktion. Und es kann noch viele weitere Systemlandschaften geben. Es kann zum Beispiel Systemlandschaften geben, wo Proof-of-Concepts durchgeführt werden, sprich, wo beispielsweise dann dem Management irgendwas gezeigt wird, irgendein neuer Standardprozess von der SAP und in diesem Proof-of-Concept, in dieser Proof-of-Concept-Umgebung wird dieser neue Geschäftsprozess abgenommen. Und wenn er dann abgenommen ist, ja, das funktioniert grundsätzlich, dann wird hier von vorne entwickelt, hier nochmal getestet überall. Und dann, wenn auch die User damit zufrieden sind und der Prozess auf das Unternehmen zugeschnitten ist, dann wandert er in die Produktion. Es gibt noch Sandbox-Environments, Demo-Environments, also es kann da ziemlich viel kommen. So, jetzt kommen viele Kunden auf die Idee. Ja gut, wir müssen eigentlich noch mehr behandeln. Das haben wir ja gemacht, also wir haben jetzt verschiedene Umgebungen und dann haben wir noch gesagt, wir haben verschiedene Stages. Weil wir haben ja gesagt, es gibt beispielsweise bei einigen Kunden eine Wartungsschiene, wo Wartungsarbeiten durchgeführt werden und es gibt eine Projektschiene. Und das kann beispielsweise bedeuten, es gibt hier die Wartungsschiene, das hier ist die Wartungsschiene hier. Und schauen wir mal, ob wir das hier schnell hinkriegen. Genau, das hier ist dann die Wartungsschiene. Wartung. Und sagen wir mal, alle Systeme, die in der Wartungsschiene sind, die haben so ein Kürzel, wie beispielsweise, dass sie im Einser-Track sind. Ja, und sagen wir mal, jetzt, da haben wir hier die Projektschiene. Das ist unsere Projektschiene. Und sagen wir mal, die bekommt einen anderen Index. Das bedeutet, wir hätten dann hier beispielsweise, sagen wir mal, machen wir es jetzt mal ganz einfach. Das hier wäre dann Dev2, das hier wäre dann Integration Testing 2, dann hätten wir Pre-Prod 2 und die Produktion. Naja, wir haben immer nur eine Produktion. Das heißt, die Projektschiene würde hier schon mal die Änderungen vorbereiten, die dann später in die Produktion reingeschoben werden. Das hier ist Pre-Prod 2. Das heißt, wir haben mehrere, wir haben einerseits verschiedene Stages, also Development, Test, Vorproduktion, Produktion. Wir haben verschiedene Tracks. Ja, wir haben einen Wartungstrack und einen Projekt-Track. Einige Organisationen haben sogar mehrere Projektschienen. Das läuft dann quasi so, dass die Änderungen aus Projekt 1 kontinuierlich in die Schiene von Projekt 2 implementiert werden. Und dass die Entwickler hier schon wieder die nächste Iteration basierend auf dem Projekt hier weiterentwickeln. Also es ist quasi, um nochmal ein Stückchen agiler zu sein, haben einige Organisationen sogar mehrere Projektschienen. Aber das geht jetzt hier zu weit. Wir wollen es mal relativ einfach halten. Und dann haben wir gesagt, innerhalb jeder Umgebung kann es mehrere Lösungen geben, die da deployed sind. Das kann ein S4HANA-System sein. Das kann ein SAP-GRC-System sein. Governance, Risk and Compliance. Das kann ein Transportation Management System sein. Das kann ein HCM-System sein. Human Capital Management. Und so weiter und so fort. Das heißt, ihr habt verschiedene Lösungen deployed in diesen Environments. Und jetzt müsst ihr all diese Systeme, die in den einzelnen Environments sind, durch System-IDs identifizieren. Und die Idee, auf die viele SAP-Kunden kommen, ist folgendes. Sie haben generische System-IDs. Das bedeutet, eine System-ID besteht ja aus drei Zeichen. Alphanumerisch. Das heißt, es können Buchstaben und Zeichen sein. Ein paar Kombinationen werden euch weggenommen. Also zum Beispiel, ich glaube, ich kann mein SAP-System nicht REF nennen oder SAP oder SQL. Das sind einfach technische Namen, die reserviert sind. Die könnt ihr nicht benutzen. Aber die Idee, auf die jetzt einige Kunden kommen, okay, wir nehmen einer dieser Stellen und identifizieren die Lösung. Sagen wir beispielsweise mal, das HCM-System bekommt den Buchstaben H zugewiesen. Jetzt ist das das HCM-System. Das ist ein Development-System. Also geben wir ihm den Buchstaben D für Development. Wenn es die Vorproduktion wäre, sagen wir mal, Vorproduktion bekommt den Buchstaben U. Ist jetzt mal total random gewählt. Dann wäre das HU. Und es ist in der Projektschiene 2. Das heißt, das Vorproduktions-HCM-System in der Schiene 2 würde HU2 heißen. Auf die Idee kommen viele SAP-Kunden, dass sie ihre System-IDs so generisch zusammenbauen. Ein Problem, was dieses Format mit sich bringt, ist, dass Kunden häufig unterschätzen, wie schnell die Anzahl der verschiedenen Lösungen wächst, die sie irgendwann in der Landschaft haben können. Wir haben ja, wenn wir jetzt die Lösung durch eine einzige Stelle identifizieren, haben wir 26 alphabetische Buchstaben und wir haben eben noch die Ziffern. Okay, ja, das bedeutet im Endeffekt, wir haben so roundabout 36 Möglichkeiten, um eine bestimmte Funktion oder Lösung abzudecken, die ein System bereitstellt. Ja, das reicht einigen Unternehmen nicht. Die haben mehr als 36 verschiedene Softwarelösungen im Einsatz oder bedienen mit den verschiedenen SAP-Systemen mehrere Funktionen. Und dann muss man sich andere Konzepte ausdenken, wie beispielsweise, dann wird auf einmal die Uno-Reverse-Card gezogen. Das heißt, sagen wir jetzt beispielsweise mal, das GRC-System in DEV2 heißt GD2 und dann gibt es eine andere Lösung, sagen wir mal Master Data Governance. Das soll aus irgendeinem Grund auch das G bekommen als Lösung. GD2 ist aber von GRC bereits belegt. Dann bekommt das MDG-System die Uno-Reverse-Card. Das bedeutet, das bekommt 2DG, also quasi umgedreht. Und das habe ich auch schon so gesehen bei einigen Landschaften. Dann haben wir noch gesagt, kann es ja theoretisch noch komplizierter werden. Und zwar können wir beispielsweise ein globales Entwicklungs- und Testsystem haben. Das hier ist jetzt global für sämtliche Areale und das hier ist das Testsystem für sämtliche Areale. Und dann kann es ja innerhalb eines Tracks theoretisch, das ist mit S4HANA natürlich seltener geworden. Aber es gibt immer noch SAP-Kunden, die das so aufteilen. Und zwar, dass sie danach Entwicklungssysteme für verschiedene Subregionen haben. Zum Beispiel könnten wir hier ein System für Europa haben. Und hier ein System für die USA. Und dann nachgelagert dann entsprechend wieder Testsysteme, Vorproduktionssysteme und so weiter. Das bedeutet, hier muss man jetzt hergehen und muss quasi ein Tod sterben in der System-ID. Dass man nicht mehr den Track identifiziert durch eine Stelle, sondern die Region. Und dann muss man halt unterscheiden zwischen der Region Europa im Track 2 und der Region Europa im Track 1, ja, in der Wartungsschiene. Das bedeutet beispielsweise, die Region Europa in der Projektschiene oder sagen wir es mal so, die Region Europa in der Wartungsschiene könnte beispielsweise den Buchstaben E bekommen. Und die Region Europa in der Projektschiene könnte den Buchstaben F bekommen. Also einfach nur eins hochgezählt im Endeffekt. Bei anderen Kunden kann es sein, beispielsweise, dass die kein globales Entwicklungssystem haben. Die machen es dann einfach so, die haben für jede Region eine Extraschiene. Also dann ist quasi die Zweierschiene für Europa und dann haben die nochmal eine Extraschiene für die USA. Das wäre dann meinetwegen die Dreierschiene oder sowas, ja. Und die Vierschiene könnte, was weiß ich, Australien sein oder sowas. Und dann könnte man wieder mit diesen Schienen arbeiten. Ja, was noch dazu kommt, ist, dass einige SAP-Lösungen ja mehrere System-IDs brauchen. Prominentes Beispiel ist der SAP-Solution-Manager. Der hat einen ABAP-Stack und einen Java-Stack. Und da habe ich schon verschiedene Lösungsansätze gesehen. Der eine Lösungsansatz ist, dass man dem Solution-Manager ABAP und dem Solution-Manager Java unterschiedliche Lösungsbuchstaben zuweist. Zum Beispiel, was weiß ich, der Solution-Manager ABAP hat, sagen wir jetzt mal einfach fiktiv, den Lösungsbuchstaben B. Das ist der Solution-Manager ABAP-Netweaver und der Java-Netweaver bekommt dann C. Ein anderer Lösungsansatz ist, dass man bei den Schienen immer eine Ziffer auslässt. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man sehr viele Schienen hat, ist häufig relativ gering. Das heißt beispielsweise, es würde eine Schiene 1 geben, sagen wir jetzt mal, und die nächste Schiene wäre die 3. Und dann würde es eine Schiene 5 geben, das heißt, die Schiene 2 und die Schiene 4 gibt es nicht in der Systemlandschaft. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, dass der Solution-Manager immer denselben Lösungsbuchstaben hat, sagen wir mal B. Und dann bekommt der ABAP-Stack hier, wir sind jetzt in der Projektschiene 3, den Buchstaben 3. Und der Java-Stack bekommt dann den Buchstaben 4. Das heißt, die beiden System-IDs wären, wir sind jetzt hier im Development, im Entwicklungssystem, dann wären wir bei BD3 und entsprechend BD4 angekommen. Und das habe ich auch schon gesehen, dass eben entsprechend hier die Tracks da übersprungen werden. So, das sind mögliche Vorgehensweisen, die verschiedenen Probleme, auf die man stößt, die zu lösen. So, und wann wird das Ganze jetzt zum Problem? Das Ganze wird zum Problem, wenn beispielsweise die Automatisierung, die ich habe, von diesem logischen Prinzip abhängig ist. Ja, beispielsweise, wir haben ja jetzt gesagt, das berühmteste Beispiel oder die erste Hürde auf die SAP-Kunden treffen ist, dass sie nicht genügend Buchstaben und Zahlen zur Verfügung haben, um alle Lösungen in ihrer Systemlandschaft zu identifizieren, weil sie mehr als 36 unterschiedliche Lösungen im Einsatz haben. Dann geht mal her und macht zum Beispiel so einen Trick hier wie mit der UNO-Reverse-Card. Ja, zum Problem wird das, wenn ihr jetzt beispielsweise die SAP-Basis irgendwelche Configuration-Management-Tools einsetzt oder Automatisierungs-Frameworks, fallen mir ein paar Namen ein. Ansible, Terraform, SaltStack, Chef, Puppet sind so typische Tools, die man benutzt, um beispielsweise Konfigurationsdateien auf dem Betriebssystem auf dem gleichen Stand zu halten, irgendwelche Software-Installationen zu enforcieren, irgendwelche Wartungsarbeiten zu automatisieren und so weiter und so fort. So, und wenn man da jetzt anfängt mit Variablen zu arbeiten, wie beispielsweise, sagen wir mal, die Host-Namen von eurem SAP-System, die haben die System-ID drin. Also sagen wir mal, euer Host-Name ist irgendwas und dann ist hier die System-ID drin, zum Beispiel GD2. Dann kann es sein, dass eure Automatisierung davon ausgeht, dass der Lösungsbuchstabe hier an erster Stelle steht, die Umgebung an zweiter Stelle und der Track an dritter Stelle. So, wenn ihr jetzt irgendwann an dem Punkt angekommen seid, wo das hier nicht mehr reicht, sprich, wo ihr die Lösungsbuchstaben nicht mehr komplett in der ersten Stelle haben könnt, dann bricht das eure gesamten Skripte, die ihr geschrieben habt, eure komplette Automatisierung und so weiter und so fort. Das heißt, so ein generisches Konzept, die System-IDs zusammenzubauen, wird genau dann zum Problem, wenn eure Automatisierung von dieser Logik abhängig ist. Ihr solltet stattdessen ein Prinzip aufbauen, besonders in der SAP-Basis, wo eure Systemlandschaft einfach über Metadaten definiert werden kann. Es kann initial sein, dass man diese Metadaten durch Automatisierung so weit vorbefüllt, aber es darf nicht davon abhängig sein. Wenn ihr zum Beispiel irgendwann hier die Uno-Reverse-Card macht, dann müssen all eure Skripte trotzdem immer noch laufen. Das ist so ein bisschen der Anspruch, den man haben sollte. Das heißt, eure Automatisierung sollte nicht darauf angewiesen sein, dass diese drei Stellen in der System-ID immer gleich verwendet werden. Und das ist im Endeffekt eine Herzensangelegenheit von mir, weil das dann nachträglich, nachdem man beispielsweise, sage ich jetzt mal, vier bis fünf Jahre investiert hat, um beispielsweise Ansible Playbooks zu schreiben, Salt- oder Puppet-Manifeste zu schreiben und dann feststellt, oh mein Gott, der Ansatz mit den dynamisch allokierten Variablen war jetzt doch nicht so cool. Das dann nachträglich wieder gerade zu biegen, ist dann schwierig. Stattdessen hat, sollte beispielsweise jede Systemumgebung, sagen wir mal hier jetzt dev2, hat ein Metadaten-File. Das kann JSON sein, das kann JSON-Net sein, was weiß ich. Und in dem Metadaten-File steht dann zum Beispiel drin, hier wir haben in diesem Environment, der Environment-Name ist dev2, und da haben wir verschiedene Komponenten, zum Beispiel wir haben ein S4HANA-System, wir haben ein GRC-System und so weiter. Und das S4HANA-System hat die System-ID sowieso, ja, was weiß ich, sagen wir mal, S ist der Lösungsbuchstabe, wir sind im Development und wir sind im Track 2. GRC hat dann dementsprechend die System-ID GD2 und so weiter und so fort. Und worauf ich hinaus will, ist, dass sie jetzt nicht hergeht und sagt, ja, was weiß ich, dev2, der Environment-Buchstabe ist D und die System-ID ist S und dann nflatter, ja, also für Environment-Buchstabe und durch so die System-IDs zusammenbaut. Und dann später ist alles davon abhängig, ja. Sondern es ist vielleicht initialen Aufwand, die ganzen System-IDs so anständig vorzuformulieren, aber wenn ihr euch eben darauf verlasst, dass die einzelnen Stellen in der System-ID immer die gleiche Bedeutung haben, dann kann es sein, dass ihr irgendwann aufs Maul fliegt damit. Insbesondere, wenn es um die Identifikation der Lösungen geht. Und das war im Endeffekt der Punkt, den ich hier machen wollte. Also das Ziel von dem Video waren zwei Dinge. Einmal, typische Namenskonventionen euch zu zeigen, die SAP-Kunden häufig haben. Und zum Zweiten, euch klarzumachen, dass eure Automatisierung und so weiter nicht davon ausgehen sollte, weil, also nicht davon abhängig sein sollte von so einer generischen Namenskonvention, weil es eben sein kann, dass eure SAP-Systemlandschaft schneller wächst, als ihr das ursprünglich eingeplant habt. Und wenn das der Fall ist, dann kann es sein, dass ihr später, ein paar Jahre später, eure Konzepte, initialen Konzepte auseinanderwerfen müsst. Damit wollen wir es heute belassen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao, ciao.